Ich grüße Sie alle, freue mich, dass ich jetzt hier zumindest virtuell bei Ihnen mit dabei sein darf. Die Tatsache ist, dass ich mich schon viele Jahre mit dem Lernen beschäftige und vor allen Dingen mit der Art und Weise, wie Lerninhalte im Gehirn verankert werden. Und das versuche ich dann auch in der Öffentlichkeit immer mal wieder deutlich zu machen. Es gibt ja viele Bereiche, in denen wir noch immer die Vorstellung haben, dass Lernen etwas ist, was nur in der Schule stattfindet und dass das wohl auch nur geht, indem man die Lernenden unterrichtet. Und das ist alles ziemlich altmodisch und stammt aus dem vorigen Jahrhundert. Und es dauert aber doch unendlich lange, bis es sich in den Köpfen der Beteiligten ausbreitet und dann auch in den Einrichtungen und deren Strukturen ankommt. Also gleich mal ganz vorneweg, Entfaltung ist ein Grundmerkmal alles Lebendigen. Also alles, was lebt, will sich entfalten. Da kann man machen, was man will. Jetzt ist Frühling, Sie brauchen nachher nur mal rauszugehen und dann sehen Sie das bei den Gänseblümchen und bei den Bäumen, die jetzt ausschlagen und bei allem, was da wächst. Entfaltung ist das, was normalerweise stattfindet, wenn man es nicht blockiert. Also wenn wir auf den Gänseblümchen rumlatschen, dann ist es mit der Entfaltung eben doch schon schwierig und dann gelingt das dann oftmals nicht so, wie man es sich eigentlich vorstellt. Und dieser Entfaltungsprozess ist gekoppelt an Lernprozesse. Und die Vorstellung, dass man nur in der Schule was lernt, ist natürlich völlig absurd. Auch die Vorstellung, dass Lernen über Belohnungen und über Bestrafungen geht, ist absurd. Lernen ist etwas, was auch nicht nur wir Menschen können. Und es ist noch viel schlimmer, man braucht noch nicht mal ein Gehirn, um etwas lernen zu können. Selbst ein Einzeller, also eine einzelne Zelle, so etwas wie das Pantoffeltierchen oder irgendein Amöbe oder so etwas, die kann was lernen. Lernen ist ein Grundmerkmal alles Lebendigen. Das geht gar nicht. Etwas, was nicht mehr lernen kann, ist tot. Daran erkennt man das, dass es tot ist, lernt nichts mehr. Und das muss man sich dann alles mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und dann kann man noch mal mit einem anderen Blick in die Bemühungen hineinschauen, die wir oder Sie als Pädagogen, als Begleiter von Lernprozessen dann immer tagtäglich so auf sich nehmen. Und es könnte sein, dass wir auch ein bisschen Opfer unserer eigenen falschen Vorstellungen geworden sind und dass das deshalb auch alles nicht so richtig klappt. So, nun will ich aber auch das nicht allzu sehr in die Länge ziehen vorneweg, sondern wir schauen uns jetzt wirklich noch mal das an, was wir als Thema für diesen kleinen Beitrag gewählt haben, mit Leidenschaft spielen und dabei dann eben Selbstbewusstsein gewinnen. Das ist schon ein schöner Titel und der gefällt mir auch sehr gut. Und trotzdem müssen wir uns angucken, ob denn auch hier wieder alles stimmt. Was meinen wir denn mit Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein, ist das eine kognitive Leistung, dass ich mir meiner Fähigkeiten bewusst bin oder ist das ein Gefühl, was ich habe? Und da werden Sie merken, dass der Begriff Bewusstsein da eigentlich gar nicht so der richtige ist, weil der doch zu sehr darin tendiert, dass man das so sich bewusst macht, also kognitiv bewusst macht. Aber ein neugeborenes Kind, was auf die Welt kommt, hat auch ein Gefühl davon, dass es kompetent ist und dass es sich in dieser Welt zurechtfinden kann. Es hat auch vorgeburtlich schon eine ganze Menge gelernt. Und deshalb hat auch das neugeborene Kind schon so etwas wie ein Gefühl, dass es sich in dieser Welt zurechtfindet. Und das nennen wir jetzt noch nicht Selbstbewusstsein. Das wünschen wir uns, dass das Gefühl dann allmählich bei diesem Kind unter günstigen Umständen dann zu etwas wird. Das nennt man dann auf Deutsch eine innere Überzeugung. Also man hat dann als Kind die feste Überzeugung, dass man jemand geworden ist, der sich im Leben zurechtfindet, der also Herausforderungen unterschiedlichster Art meistern kann und die Probleme, die es so im Leben gibt, in den jeweiligen Altersstufen, dass man die auch lösen kann. Das ist eine feste innere Überzeugung. Und dann merken Sie, das ist auch wieder nicht alleine nur kognitiv, das ist auch wieder, eigentlich ist es auch ein Gefühl. Das kann man in dieser Reise gar nicht so gut trennen. Und wenn man nun sagt, okay, wie können wir denn dieses, nennen wir es doch einfach mal Selbstbewusstsein oder das Gefühl von Kompetenz für die Lebensbewältigung, dann wird natürlich klar, dass man das nicht unterrichten kann. Also das kann man auch niemandem beibringen oder, und das nützt auch nichts, wenn Sie das den Kindern einreden, wie kompetent sie sind. Und sie sollten nun endlich mal Selbstbewusstsein an den Tag legen. Diese Art von Gefühl und innerer Überzeugung, dass man als Kind schon eine ganze Menge kann und sich deshalb auch in der Welt zurechtfinden kann, kann ein Kind nur erwerben durch eigene Erfahrungen. Das geht nicht anders. Und das müssen dann eben eigene Erfahrungen sein, die das Kind in seinem Lebensumfeld macht. Und jetzt bin ich bei Ihnen und wir als Begleiter dieser Kinder können eigentlich nur dafür sorgen, dass wir es dem Kind ermöglichen, dass es solche Erfahrungen machen kann. Und da merken Sie schon, jetzt wird es richtig spannend, weil zu diesem Ermöglichen gehört auch, dass wir dem Kind die Möglichkeit bieten, an Herausforderungen zu wachsen. Also für jedes Kind Herausforderungen zu finden, die genau für den Stand der Kompetenzen dieses Kindes auch geeignet sind. Wir müssten unseren Kindern auch möglichst viele Probleme machen. Die sollen sie sonst lernen, Probleme zu lösen. Also es ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, dass es unter Bedingungen aufwächst, wo es keine Probleme hat. Also bei diesen sogenannten Helikoptereltern, die versuchen, ihren Kindern alle Probleme aus dem Weg zu räumen. Wir sind als ganze Gesellschaft so eine Gesellschaft geworden, die keine Probleme mehr haben möchte und versuchen das natürlich auch alles so zu gestalten, dass es keine Probleme mehr gibt und machen uns aber nicht bewusst, dass wir diese Probleme brauchen. Und dass vor allen Dingen Kinder solche Probleme brauchen, weil sie sonst nicht lernen können, wie das geht, wie man die löst. So, die Probleme dürfen natürlich, es müssen genügend Probleme sein, auch nicht immer dieselben, sondern aus unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Lebensfeldern. Und was das Schlimmste ist, was einem Kind passieren kann, ist auf der einen Seite, dass es gar keine Probleme hat und auf der anderen Seite, auch das kommt oft vor, dass es so große Probleme hat, die es gar nicht lösen kann. Also es gibt immer wieder Situationen, wo wir Kinder in Situationen bringen, die sie nicht bewältigen können, die für sie zu viel sind. Also Eltern beispielsweise, die mit ihrem Leben unzufrieden sind. Eltern, die ihre Partnerschaft nicht geregelt kriegen und die dann den Kindern deutlich machen, wie unglücklich sie sind. Eltern, die nicht gerne arbeiten und nach Hause kommen und sagen, so eine Maloche, das ist ja furchtbar. Eltern, die sozusagen ihre eigenen Probleme haben und die dann auf die Kinder übertragen und das Kind in eine Situation bringen, wo es eigentlich doch Mama oder Papa oder auch die Erzieherin helfen möchte, weil es merkt, die ist nicht richtig glücklich. Und das Kind wird dann feststellen, dass es dazu nicht in der Lage ist. Dann heißt es, es ist eine Erfahrung des eigenen Scheiters. Es gibt Kinder, die mögen sich deshalb dann nicht mehr, weil sie nicht in der Lage sind, das Notwendige zu tun. Dann fangen die an und zweifeln an sich selbst und das ist dann natürlich etwas, was das ganze bisher schon gewachsene Selbstbewusstsein dann völlig untergräbt. Wenn man also als Ermöglicher sich um Kinder kümmert und Kinder begleitet, dann wird man auch versuchen, immer wieder Kinder einzuladen und zu ermutigen und zu inspirieren. Das sind eigentlich die drei großen Ansatzpunkte, wie man Kindern helfen kann, sich die Kompetenzen anzueignen, die sie brauchen, damit sie dann später das herausbilden, was wir Selbstbewusstsein nennen. Und das heißt, wir müssen den Kindern Gelegenheit geben, selbst herauszufinden, wie was geht. Jeder versucht, denen das zu erklären, wie das ist und es zu beschreiben oder es ihnen selber zu machen und einzugreifen in ihren eigenen Prozess, unterminiert diese Möglichkeit und beraubt das Kind regelrecht der Möglichkeit, dass es selber herausfindet, wie etwas geht. Und dieses Herausfinden, wie etwas geht, das ist Lernen. Und das machen sie alle. Das machen eben auch die Blaualgen und die Grunalgen und die Amöben. Alles, was lebendig ist, ist ständig dabei herauszufinden, wie es geht, wie das Leben geht, was gemacht werden muss, wenn diese oder jene Veränderung auftritt. Und dann finden die alle Lösungen und die sind dann natürlich bei einer Blaualge etwas anders als bei einem Kind. Aber es ist immer das Gleiche. Es wird eine Lösung gesucht für einen Zustand, den die Neurobiologen oder die Biologen eine Inkohärenz nennen. Weil man kann ja nur eine Lösung für etwas suchen, wenn man auch ein Problem hat. Und das Problem, was wir dann immer so haben, das erzeugt im Hirn einen Zustand, wo das nicht mehr so gut alles zusammenpasst. Also wenn Sie eine andere Erwartung haben, als das, was jetzt eintritt, haben Sie ein Problem. Das erzeugt in Ihrem Hirn eine Inkohärenz. Wenn Sie fünf Minuten die Augen zumachen und dann die Augen wieder öffnen und dann fällt wieder Licht auf Ihre Netzhaut und das wird dann weitergeleitet zur Seerinde, dann hat die Seerinde ein Problem, weil plötzlich dort ein Input ankommt, der vorher nicht da gewesen ist. Und sie hatte sich gerade so schön daran gewöhnt, dass da jetzt mal nichts zu tun ist. Und deshalb ist es eben immer wieder so, dass wir versuchen, solche Inkohärenzen, die unvermeidlich zum Leben dazugehören, kohärenter zu machen. Und das ist das Grundprinzip der Arbeitsweise des Gehirns. Und das Gehirn will nichts lernen und das Gehirn will auch nicht irgendwas anderes, sondern das hat ein einziges Erfordernis, was es immer wieder gewährleisten muss und sicherstellen muss. Und das heißt, es muss da oben dafür gesorgt werden, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und Nervenzellen verbrauchen viel Energie, die verbrauchen vor allen Dingen dann ganz viel Energie, wenn sie durcheinander feuern, wenn das nicht koordiniert und synchronisiert abläuft. Und das ist dann immer der Augenblick, wo das bisherige Geordnete im Hirn durcheinander kommt, weil etwas eingetreten ist, was nicht zu dem passt, was man erwartet. Und dann kommt es zu einer solchen Inkohärenz und die verbraucht eine Menge Energie, weil die Nervenzellen da alle durcheinander feuern. Und dann können die Nervenzellen als einzelne Nervenzellen gucken, gar nicht anders als dafür zu sorgen, dass dieser hohe Energieaufwand minimiert wird. Und da haben die auch ihre Möglichkeiten. Da muss man auch gar nicht das ganze Kind oder das Gehirn angucken, sondern jedes einzelne neuronale Netzwerk im Hirn wird dafür sorgen, dass wenn es überlastet ist, diese Überlastung aufhört. Und das machen die, indem sie Verbindungen ausbilden zu den Strukturen, die so viel Input erzeugen, wo also zu viel Aktivität sozusagen auf diese Nervenzellen herunterprasselt und die werden dann gehemmt und damit ist es wieder Ruhe und dann ist das Ganze wieder kohärent. Und so macht das auch jedes Kind und so machen sie das und so machen wir das bis zum Ende des Lebens. Wir erleben immer wieder, dass irgendwas, was mal gepasst hat, nicht mehr passt. Und suchen dann nach einer Lösung, um diese verlorengegangene Kohärenz wieder herzustellen. Und jetzt kommt der tolle Moment, weil immer dann, wenn man eine solche Lösung findet, als Kind oder auch später als Erwachsener, werden im Gehirn, im Mittelhirn bestimmte Bereiche aktiviert, die die Hirnforscher Belohnungszentren nennen. Und dort werden bestimmte Botenstoffe abgesondert und die wirken so ähnlich wie Kokain und Heroin. Deshalb ist das immer so ein schönes Gefühl, wenn man eine Lösung findet für einen durcheinanderigen Zustand im Hirn, sodass man es wieder auf die Reihe kriegt. Das ist dann das sogenannte Aha-Erlebnis und wie wir das dann so nennen. Man hat es gut hinbekommen und die dabei aktivierten Netzwerke, die es einem ermöglicht haben, diese Lösung zu finden, die werden jetzt gewissermaßen gedüngt, weil die Aktivierung dieses Belohnungszentrums dazu führt, dass überall im Hirn Botenstoffe ausgeschüttet werden, die wie Wachstumsfaktoren wirken, also gewissermaßen wie Dünger, Nervenzellen dazu bringen, dass die noch ein paar Fortsätze mehr ausbilden, dass die noch ein paar Synapsen machen, dass die bestehende Kontakte festigen und auf diese Weise lernt das Hirn anhand der von ihm gefundenen Lösungen, das Hirn ist natürlich jetzt blöd gesagt, aber es lernt dann das Kind anhand der von ihm selbst gefundenen Lösungen, wie es geht. Und diese Lösungen werden verankert. Das gilt jetzt, wenn Sie sich das veranschaulichen, das gilt zum Beispiel für das Greifen von einem kleinen Baby. Wenn das anfängt zu greifen, das übt so lange und macht es immer wieder, bis es endlich kohärent wird und kohärent ist es erst dann, wenn es das, was es dann will, auch erreicht. Das gilt für das Krabbeln, für das Laufen, das wird immer von alleine so lange probiert, weil vorher ist es inkohärent. Das Kind möchte unbedingt auf die zwei Beine, so wie Mama und Papa und das ist eine dauernde Unruhe im Hirn, wenn es das immer noch nicht kann und dann wird es immer wieder versucht, bis es dann endlich auf den beiden Beinen steht und laufen kann und so geht es dann auch mit dem Spracherwerb. Immer ist das Kind derjenige, der diesen Lernprozess selbst konstruiert und wir müssen eigentlich als Begleiter dieser Kinder nur dafür sorgen, dass die nicht scheitern bei diesem Versuch, es zu lernen, wie es geht, dass wir sie nicht überlasten dabei und dass wir ihnen helfen, das zu lernen, was für ihr weiteres Leben wirklich bedeutsam ist und nicht irgendwas zu lernen, was dann später für sie zu einem Problem wird. Man kann ja auch lernen, zum Beispiel, dass Lernen blöd ist und dann will man nichts mehr lernen und das wäre eine ungünstige Haltung, die man dann auf diese Weise herausgeformt hat. Jetzt können wir uns alle fragen, ob es denn Gelegenheiten gibt, wo diese Art der Aneignung von Wissen und Können besonders leicht geht, wo die förmlich regelrecht von alleine geht und da ist die Antwort das Spiel. nicht der Unterricht, nicht die Belehrung, sondern das spielerische Ausprobieren, wie es geht. Und jetzt wird es interessant, weil wenn wir uns im Tierreich umgucken, alle Tiere, die ein Gehirn haben, mit dem man überhaupt noch was lernen kann, also die Spinnen zum Beispiel können nichts lernen oder jedenfalls nur ganz, ganz wenig, aber kleine Kätzchen zum Beispiel, die können richtig viel lernen und das wird nicht gelernt, indem es die Mama immer zuvor macht, sondern das wird gelernt, indem das Kätzchen spielerisch ausprobiert, was alles geht und wie es geht. Und natürlich ist es gut, wenn dann eine Mama da ist, die weiß, wie es geht und schon auf zwei Beinen laufen kann, dann wird das leichter. Aber ansonsten wird es von dem Kind immer ausprobiert, spielerisch ausprobiert, wie es geht und das ist die Grundform des Lernens. Alles andere würde ich aus meiner Perspektive nicht mehr als Lernen bezeichnen, sondern als Tresur und Abrichtung. So und dieses spielerische Ausprobieren, wie es geht, vollziehen die Kinder natürlich, das wissen wir ja alle, zunächst erstmal mit dem eigenen Körper, da wird über das erste Lebensjahr ständig nur ausprobiert, was man alles mit den Händen und Füßen und mit der Zunge und weiß der Kuckuck, womit noch alles machen kann. So lernen sie ihren eigenen Körper kennen und erwerben eine Repräsentanz für die neuronalen Netzwerke, die dann erforderlich sind, um die eigene Bewegung zu steuern. Das Hirn strukturiert sich sozusagen anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster und deshalb spielen alle Kinder so unglaublich gern im Bereich des Sich-Bewegens und probieren ständig spielerisch aus, was noch alles geht und das sieht dann für uns manchmal eigenartig aus, weil die dann natürlich auch Bewegungen ausprobieren, die uns ganz nutzlos vorkommen. Aber darum geht, es geht nicht um Nützlichkeit, das ist eben das Kennzeichen des Spiels, sondern es geht um das Kennenlernen dessen, was alles funktioniert, was man überhaupt alles machen kann. So lernen die kleinen Kätzchen und so lernen die Kinder im Wesentlichen, wie der eigene Körper funktioniert und wie man den lenken und steuern kann. Die lernen auf diese Weise, was sie mit sogenannten Sachen, also beispielsweise mit Spielsachen so alles machen können und die lernen natürlich auch spielerisch durch ausprobieren, was man alles mit Mama machen kann, bis die die Geduld verliert und dann hoffentlich auch irgendwann mal Nein sagt, weil das gehört auch zu der Lernerfahrung, dass das Kind erfährt, aha, bis hierher macht sie es mit, aber an der Stelle wird es ihr zu viel. Dann lernt das Kind durch dieses spielerische Ausprobieren, dass die Mama eben auch eine eigene Person ist mit eigenen Bedürfnissen und dass man die nicht einfach okkupieren kann und beliebig vor seine eigenen Interessen spannen kann. Das sind alles wichtige Lernerfahrungen, werden alle in einer spielerischen Weise gemacht, wenn denn die Kinder die Gelegenheit haben, es ausprobieren zu dürfen, wie es geht. Und wenn sie dann Vorbilder haben, anhand derer sie Lösungen finden, wie es dann vielleicht am allerbesten oder besonders leicht geht. Und so werden dann auch die eigenen Möglichkeiten erkundet, spielerisch, was man so mit anderen machen kann, auch mit den eigenen Geschwistern oder später mit anderen Kindern. Ja, und dann natürlich auch mit den Erwachsenen, mit den Begleitpersonen, in den jeweiligen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, alles Spielerisches ausprobieren, wie es geht. Und dieses spielerische Ausprobieren, wie es geht, ist eine Art des Lernens, die immer mit der Aktivierung dieser emotionalen Zentren einhergeht, weil das Kind beim spielerischen Ausprobieren, wie es geht, ja immer die Latte der Herausforderung so hoch legt, dass die Chance relativ groß ist, dass sie es auch bewältigt. Das heißt, hier passt dann immer, das ist individueller oder individualisierter Unterricht. Das Kind legt selbst fest, wie hoch es springen will und über welche Klippen und Schwierigkeiten es schon hinweg möchte. Und das Kind selbst hat das allerbeste Gefühl dafür, wie groß die Herausforderung sein muss. Es macht einfach keinen Spaß, wenn die Herausforderung, die es sich aussucht, zu klein ist. Sie muss schon eine richtige Herausforderung sein, aber es macht auch keinen Sinn, sich eine Herausforderung rauszusuchen, die viel zu groß ist und die das betreffende Kind dann gar nicht bewältigen kann. Und deshalb ist das, was Kinder in diesem spielerischen Ausprobieren lernen, immer kindgemäß und an die jeweiligen Kompetenzen des Kindes in einer hervorragenden Weise angepasst. Besser können wir das als Begleiter gar nicht machen. Die Kinder wissen selbst, wo sie die Latte hinlegen müssen, über die sie dann auch lernen, hinwegzuspringen. Und das, weil sie dann dabei immer wieder diese sogenannten Erfolgserlebnisse haben. Das heißt, sie legen die Latte, sie legen die Herausforderungen, das, was sie gerade machen wollen, gerade so hoch, setzen das so hoch an, dass es sie auch erregt. Also, da wollen sie dann gerne drüber. Das macht eine Inkohärenz im Hirn. Man weiß nicht genau, sie wissen selber nicht genau, ob sie es schaffen, aber sie wollen. Und dann springen sie drüber, lösen das Problem. Und dann wird dieser inkohärente Zustand im Hirn in einen Kohärenten verwandelt. Der verwandelt sich selbst dann plötzlich in einen Kohärenten, weil jetzt ist es ja gelungen. Und die Netzwerke, die dabei aktiviert worden sind, die werden gestärkt und gefestigt. Und das führt dazu, dass das Kind sozusagen immer mehr lernt, immer mehr Kompetenzen erwirbt und sich das Hirn anhand der von dem betreffenden Kind gefundenen Lösungen strukturiert. Das ist eigentlich fantastisch. Ich bin als Biologe völlig begeistert von diesem Prinzip, weil es deutlich macht, dass das ein sich selbst organisierender Prozess ist, den wir als Erwachsene begleiten können, der aber von dem Kind selbst übernommen werden muss. Und wir können Bedingungen schaffen, unter denen das besonders gut gelingt. Und das sind immer solche Bedingungen, wo das Kind sich mit Hingabe und Leidenschaft an etwas heranwagen kann, was es sich selbst ausgesucht hat. Ja, klar, man kann das, was Sie sich da aussuchen, noch ein kleines bisschen verschönern und attraktiver machen. Aber im Kern muss es am Ende etwas sein, was das Kind selbst lernen will. Und dann kommt das zum Tragen, was alle Kinder ja als Grundbedürfnis schon mit auf die Welt gebracht haben, nämlich ihre angeborene Entdeckerfreude und ihre angeborene Gestaltungslust. Und dann gehen Sie dem nach und versuchen, das so zu machen, wie Sie das nur irgendwie können. Und meistens auch mit einer unglaublichen Leidenschaft und mit einer großen Begeisterung an dem, was Sie da in Ihrer jeweiligen Situation, egal wie alt Sie sind, eben auch dann schon zustande gebracht haben. Das stärkt dann wieder dieses Gefühl, dass Sie etwas können. Das stärkt Ihr Selbstbewusstsein. Und das stärkt diese angeborene Entdeckerfreude und Gestaltungslust. Und Sie spüren, dass Sie in der Lage sind, ein ganz wichtiges Grundbedürfnis, was Sie schon mit auf die Welt gebracht haben, selbst zu stillen durch das eigene Tun. Und dann gibt es noch ein zweites Grundbedürfnis und das ist das Grundbedürfnis, das kennen Sie ja auch alle, nach Sicherheit und Geborgenheit oder vielleicht nennen wir es einfach mal ganz kurz Verbundenheit. Und wir sind soziale Wesen. Die Kinder waren neun Monate aufs Engste mit einer anderen Person, mit der Mutter verbunden. Und wenn die auf die Welt kommen, ist das als tiefe Erfahrung im Hirn verankert. Auch das war ja eine Lösung. Und deshalb erwartet jedes Kind draußen auf der Welt nicht nur, dass es das wiederfindet, was es vorgeburtig schon gelernt hat, nämlich, dass es da immer wieder Herausforderungen gibt, die man meistern kann. Und damit geht es dann mit dieser Entdeckerfreude und Gestaltungslust in die Welt. Es hat auch die Erwartung, dass es da draußen Menschen findet, mit denen es dieses Gefühl von Verbundenheit wiederherstellen kann. Dafür ist ja auch von der Natur aus ganz gut gesorgt worden. Das geht bis dahin, dass da eben sogar bestimmte Hormone, wie das Oxytocin, dieses Verbundenheitsgefühl in der Anfangsphase, was da entstehen muss zwischen Mutter und Kind, noch mal zusätzlich unterstützen, indem im Hirn unter der Wirkung dieser Hormone bestimmte Netzwerke aktiviert werden, die dann besonders geeignet sind, um so komplexe Phänomene zu erlernen, wie das Aussehen der Mutter, den Duft der Mutter, die Gesichtszüge und so. Da braucht man dann noch ein bisschen Unterstützung. Die liefert die Natur mithilfe solcher, nennen wir es mal, bindungsfördernder Hormone. Und wenn das so wäre, dass jedes Kind diese beiden Grundbedürfnisse immer stillen könnte, nämlich einerseits diese Verbundenheit erleben dürfte und dieses tiefe Gefühl, dass es so, wie es ist, richtig ist, dass es so, wie es ist, gemocht wird und angenommen wird und gleichzeitig auch, dann passiert das ja automatisch, dass solche Kinder dann sich auch in die Welt hinaus warten und dann können sie auch ihr zweites Bedürfnis nach eigenen entdecken und Gestalten stillen und das ist dann später eben die Autonomie, mit der sie sich auf den Weg machen. In unserem Alter nennt man das dann Freiheit. Wir wollen alle, auch wir, in unserem Alter immer noch möglichst eng verbunden sein und möglichst frei sein gleichzeitig und sie wissen, dass das leider in unserer Gesellschaft nicht sehr vielen gelingt. Und das hängt damit zusammen, dass wir alle erfahren müssen, dass wir dann nach dieser Anfangsphase, in der wir das Lernen sozusagen als spielerische Betätigung zur Stillung unserer Grundbedürfnisse kennengelernt haben, in eine Umwelt geraten, in eine von Menschen gestaltete Wirklichkeit geraten, wo diese Erwachsenen der Meinung sind, sie müssten uns jetzt beibringen, was wir zu lernen haben. Und dann werden wir als Kinder zu Objekten der Erwartungen und der Maßgaben und der Vorgaben und der Belehrungen und der Bewertungen und ja, was nicht alles. Dann machen wir die Kinder zu Objekten unserer Erwartungen und unserer Bewertungen. Und das ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, weil das ist ein Problem, was wir dem Kind bereiten, was es selber nicht mehr lösen kann. Weil es kann uns nicht ändern. Und jetzt bleibt dem Kind nichts anderes übrig als in dieser Not. Und das ist eine große Not. Das ist vielleicht die größte Inkohärenz, die wir uns vorstellen können, wenn beide Grundbedürfnisse, beide seelische Grundbedürfnisse, körperliche Grundbedürfnisse, kennen Sie ja auch, Hunger und Durst oder sowas. Und diese seelischen Grundbedürfnisse nach einerseits Verbundenheit und andererseits autonomen Gestaltungsmöglichkeiten, wenn die beide verletzt werden. Und das ist automatisch der Fall, wenn ein Kind erlebt, dass es zum Objekt der Anordnungen, Belehrungen oder gar Bewertungen von anderen gemacht wird, wenn diese beiden Grundbedürfnisse verletzen, ist das, erzeugt das im Hirn die größte Inkohärenz, die man sich vorstellen kann. Und das hält das Hirn, das hält das schönste und stärkste Hirn nicht aus. Und deshalb findet jedes Kind dann auch eine Lösung. Aber die sieht eben nicht so aus, wie sie aussehen müsste, nämlich dass das Kind den Erwachsenen hilft, zur Vernunft zu kommen, mit ihren etwas merkwürdigen Versuchen, dem Kind was beizubringen, sondern die Lösung sieht dann eben so aus, dass es Notlösungen findet, mit denen es sich durchhören kann. Also manche unterwerfen sich dann den Erwartungen der Erwachsenen. Manche versuchen, die Erwachsenen glücklich zu machen, indem sie alles genau so machen, wie die das erwarten. Manche gehen in den Widerstand und werden aufsässig. Manche versuchen, die Erwachsenen zu manipulieren. Also da gibt es dann alle Möglichkeiten. Im Grunde genommen ist alles dasselbe. Das Kind wird zum Objekt gemacht durch uns und das Kind findet eine Lösung, die besteht darin, dass es uns zum Objekt macht. Und wer das nicht kann als Kind, der kann sich dann auch noch selber zum Objekt machen und sich selbst einreden, es sei zu blöd, es könne kein Mathe, es könne nicht singen, es sei nicht schön genug, es sei nicht liebenswert genug. Und da ahnen Sie schon, was das für eine schwierige Situation ist, in die sich Kinder dann selber bringen mit solchen, in Anführungsstrichen, Lösungen, weil jetzt wird das Leben wirklich schwer. Jetzt mögen sie sich selbst nicht mehr. Sie mögen auch die anderen nicht mehr. Und das macht das alles schwer. Und dann ist es mit der spielerischen Leichtigkeit im Leben vorbei. Und dann wird nicht mehr spielerisch ausprobiert, was alles geht, sondern dann wird mit Verbissenheit versucht, diesen Schmerz loszuwerden, den man hat, wenn man nicht dazugehören darf, so wie man ist, wenn man nicht so angenommen wird, wie man ist, wenn man dauernd gesagt kriegt, was man noch zu tun und zu lassen hat. Und das ist dann etwas, was mit Spiel nichts mehr zu tun hat. Und leider ist eben auch der Begriff Spiel in unserer gegenwärtigen Welt auch in so eine Schieflage geraten, weil es sehr viele Spiele gibt, die eigentlich nichts weiter machen, als Kindern die Gelegenheit geben, zu zeigen, dass sie die Besten sind und dass sie besser sind als andere. Das sind eigentlich Wettkämpfe. Das sind keine Spiele. Und da wird auch nicht spielerisch ausprobiert, wie was geht, sondern da will man gewinnen und den anderen schlagen. Und da müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir das in Zukunft tatsächlich Spiel nennen wollen. Das, was der Neurobiologe sagen kann, ist, dass das spielerische Ausprobieren, wie es geht, der Königsweg ist, wie ein Kind herausfinden kann, worauf es im Leben ankommt und wie es bestimmte Dinge machen muss, damit es in der Lage ist, sein Leben zu bewältigen. Das führt dann dazu, dass das Kind sich selbst mag. dass es dieses, wie wir das hier am Anfang genannt haben, Selbstbewusstsein herausbildet, dass es auch offen bleibt, seine Freude am Lernen nicht verliert. Und wenn wir das schaffen könnten, dann wären wir einen ganzen großen Schritt weiter. Und Sie merken, ich rede da jetzt überhaupt nicht über die Zustände an unseren Schulen. Ich rede eigentlich nur darüber, was wir als Begleiter der Kinder verstehen müssten, damit wir die Kinder anders anschauen können. Das war die halbe Stunde, die ich Ihnen versprochen habe. Ich habe es sehr verdichtet, aber vielleicht ist es doch anregend genug, dass wir miteinander jetzt in eine interessante Diskussion, in einen interessanten Austausch kommen können. Ich bedanke mich erst mal bisher her virtuell für Ihre Aufmerksamkeit, die ich auch nur virtuell erlebe. Danke. Ja, herzlichen Dank, Herr Ritter, für diesen wunderbaren Vortrag. Ich bin auch gespannt, wie geht es Ihnen hier im Publikum, ob vielleicht Fragen, direkte Fragen gibt es oder Kommentare, die Sie an Herr Hütter richten. Ich springe doch mal gleich in die Erwachsenenwelt, weil wir da ja schon festgestellt haben, Sie haben es ja auch gesagt, dass sehr oft das Phänomen leider doch auftaucht, dass Menschen Lösungen, die sie mal gelernt haben, nicht wieder in Frage stellen wollen, dass sie eben nicht die Freude am Lernen, es könnte auch irgendwie anders gehen, ich will nicht mein Verhalten variieren, so irgendwie auftreten, dass wir doch immer wieder dieses Phänomen halt haben, ich will jetzt nicht ins Politische gehen, aber dass man gar nicht mehr über eine andere Lösung nachdenken will und glaubt, dieses eine, was man gefunden hat, muss man immer weiter penetrant noch weitermachen. Haben Sie da Erfahrung, wie man so eine Nuss knacken kann? Was haben Sie für Vorschläge, wenn man da halt einen Menschen, der nicht belehrbar ist, doch wieder zum Lernen bringen möchte? Deshalb habe ich Ihnen das mit dem Energiesparen gesagt. Also wenn ich einmal eine Lösung habe und merke, dass ich damit irgendwie zurechtkomme und nicht sterbe, ist diese Lösung, die ich da gefunden habe, auch wenn sie Außenstehenden völlig ungünstig erscheint, die ist dann für den Betreffenden vollkommen richtig. Und alles, was er daran ändern würde, würde dazu führen, dass es im Hirn durcheinander kommt und er kriegt wieder diesen erhöhten Energieverbrauch und das ist der Grund, weshalb manche Menschen bis zum Hals im Schlamm ihrer einmal gefundenen Lösungen stecken bleiben und sich nicht an das Ufer trauen, weil da oben in der anderen Welt, in diesen anderen Vorstellungen, die ja auch noch zur Verfügung stünden, in anderen Lösungen, die Sie auch noch finden können, also draußen am Ufer könnte es kalt sein, man könnte in den Regen kommen, es könnte da oben auch irgendwie schlüpfrig sein und man könnte den Abhang runterfallen. Also ist das hirntechnisch die bequemere, kostensparendere, also energiesparendere Lösung, solange man nicht dabei umkommt, lieber so weiterzumachen wie bisher. Und das geht nicht Kindern so, eigentlich Kinder haben das noch am wenigsten, sondern das geht vor allen Dingen uns Erwachsenen so und ich habe dafür dieses Bild des Sich-Verwickelns in seinen eigenen Lösungen. Also diese Lösungen sind ja immer Vorstellungen und diese Vorstellungen tragen wir dann mit uns rum, verwirklichen die, bis wir dann am Ende uns mit unseren eigenen Vorstellungen identifizieren und aus dieser Selbstidentifikation mit den selbstgefundenen Vorstellungen und Lösungen, da kommt man nicht so ohne weiteres wieder raus, das ist dann zum Teil hoffnungslos verwickelt. Also da gibt es viele Menschen, die sitzen sozusagen, weil sie alles richtig machen wollen und weil sie immer gut funktionieren wollen, das ist jetzt die Verwicklung der Vorstellung und die sitzen am Ende in einem Hamsterrad und drehen sich und drehen sich und verlieren dabei sämtliche Lebendigkeit, aber sie funktionieren, weil das war das Einzige, was sie wollten. Und die jetzt aus dem Hamsterrad rauszuholen, ist ein Problem, weil dann haben sie nichts mehr, was sie tun könnten. Nehmen Sie mal jemanden, so einen Hirnforscher, der jetzt sich das ganze Leben dann angestrengt hat und versucht hat, irgendwie anderen zu erklären, wie das Hirn funktioniert und dann stellt sich heraus, dass die anderen das nicht mehr hören wollen und dass die das auch in Frage stellen, weil sie ganz andere Konzepte viel interessanter finden und der Hirnforscher findet dann niemanden mehr, der ihm zuhört. Das ist dann eine Härte, das ist schwierig. Und wenn dann jemand auf diesen Hirnforscher zukommt und sagt, du bist doch total verhaftet mit deiner Lösung, du hängst hier rum, du bist gar nicht mehr richtig lebendig, den ganzen Tag hängst du da nur mit deinen Versuchen und mit deinen Ideen herum, du musst doch da mal aussteigen, dann ist das ein Angriff auf die Persönlichkeit. Das wird der Betreffende mit seinen Verwicklungen nicht zulassen, wenn da einer kommt und ihm seine Lösungen, in die er sich verwickelt hat, in Frage stellt, empfindet das dieser Verwickelte dann fast so, als würde ihm jemand versuchen, einen Arm oder ein Bein abzuschneiden. Und deshalb haben wir dann häufig so schwere Gegenreaktionen. Dann versucht man dem anderen zu sagen, du könntest doch auch anders machen und dann verteidigt der seine Verwickeltheit. Und da muss man dann auch aufhören, weil man treibt ihn dann möglicherweise so weit, dass der dann richtig aggressiv ist. Wir haben weitere Fragen noch? Richtig aggressiv. Genau. Ich denke, mit Bestrafung zu tun, weil schon in der Grundschule, wenn man Fehler machte, wird man eigentlich eher dafür bestraft. Ich denke deswegen, was auch viele, wenn man was falsch macht, dass man nicht zugeben kann, dass man jahrzehntelang vielleicht was Falsches studiert hat. Jetzt werden wir bloß ein, der Nassim Taleb behauptet, dass die Gaussche Glockenkurve eigentlich gar keine genaue Berechnung ist. Und meine Mathematikerfreunde hassen Nassim Taleb, weil sie haben das eben fünf Jahre studiert. Und es muss dann richtig sein, man hat alles da reingelegt. und es würde ja dann, also es muss richtig sein. Und außerdem, und viele Dinge, was ich jetzt hier rausgehört habe, mit diesem, warum kann man die Leute nicht motivieren, was zu verändern oder was zuzugeben oder flexibler zu sein. Ich denke immer, es hat auch mit dem, sich zu verlieren, also dass man keine Existenzberechtigung mehr hat, weil man fünf Jahre Quatsch studiert hat oder eben auch Angst vor Bestrafung oder dass man ausgelacht wird oder den Job verliert. Das denke ich auch, also dass dieses Bestrafungssystem in unserer Schule ganz stark auch unser Gehirn formt. Ja, und das System führt dann dazu, dass eben das, was man normalerweise für das spielerische Ausprobieren braucht, nämlich auch die Bereitschaft, Fehler zu machen, aus denen man lernen kann, wie es dann richtig geht. Das findet dann nicht mehr statt. Die Kinder trauen sich gar nicht mehr zu spielen, wenn einer zuguckt, weil sie ständig das Gefühl haben, dass der gleich eingreift, weil sie schon wieder was falsch gemacht haben. Und dann wird das Ganze ein Krampf und da entstehen dann solche Menschen, die also aufhören, selber zu denken, die aufhören, selber was gestalten zu wollen und die darauf warten, dass man ihnen sagt, was sie tun und lassen sollen. Ich weiß nicht, wer an diesen Menschen dann später mal Interesse hat, aber es ist fast ein systemisches Phänomen, was sich in unserer westlichen Gesellschaft beobachten lässt und wir Deutschen scheinen auf diesem Sektor ganz besonders gut zu sein. Also es wird ja oft gesagt, guck doch mal in Skandinavien, wie die mit ihren Kindern umgehen, die haben dort schon die Schulzensuren abgeschafft, die haben die Klassenverbände abgeschafft, die machen jahrgangsübergreifenden Unterricht, die haben auch gar keinen Lehrplan mehr in Finnland und dann fahren die Leute dann von uns aus dorthin und wollen gucken, wie die das machen und wollen das hier bei uns einführen. Das geht aber nicht, weil das ist ja nicht etwas, was die dort in der Schule machen, sondern das ganze Leben dieser finnischen Gesellschaft ist darauf ausgelegt, dass jeder fest davon überzeugt ist, ist, dass es darauf ankommt, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und da können Sie sowas machen, da können Sie auch solche Schulen machen. Aber hier in unserer Gesellschaft ist herzlich wenig darauf ausgelegt, dass die Menschen lernen, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Das haben Sie ja gesehen in dieser Corona-Zeit, das können Sie jetzt wieder sehen, sobald irgendein Problem auftaucht in der Gesellschaft, rufen Sie nach Unterstützung. Und da soll einer kommen, der Sie rettet. In Amerika das Gleiche. Der Herr Trump soll Sie dann retten oder der Herr Urban. Das ist eine Blütezeit natürlich für Autokraten und deshalb ist das eigentlich im Grunde genommen extrem gefährlich, was wir da im Moment machen. Aber wir machen es eben schon lange und vor uns haben es ja auch schon viele Generationen gemacht mit selbstbewussten Menschen, die aus der Schule kommen, hätte der Nationalsozialismus keine Chance gehabt. Das war sozusagen die Voraussetzung, dass die in der Schule gebrochen worden sind. Wir haben noch eine Frage, Herr Hötter. Würden wir gerne nochmal die im Raum stellen. Ich habe gar nicht so eine große Frage. Ich wollte mal sagen, es gibt vielleicht auch ein paar Low-Performer, die ganz glücklich sind mit ihrem Leben, die vielleicht ein bisschen verstrickt sind, aber vielleicht für sich selber noch. Immerhin und wieder eine kleinere Herausforderung finden und dann auch diesen wunderbaren Botenstoffausschuss haben und dann auch mal sagen, wow, war ja super, ich habe es heute doch geschafft, bis zum Briefkasten selber zu gehen und nicht meine Frau geschickt. Also solche Menschen darf es geben und das finde ich auch sehr gut. Mir geht es nochmal darum zu gucken und das finde ich ganz wichtig, zu gucken, wie ermöglichen wir den Kindern und auch Jugendlichen ein gutes Aufwachsen und indem wir denen nicht unsere Normen und Werte direkt ausstülpen und eben halt sagen, dieses explorative Verhalten, was an vielen Stellen ganz oft auch bewertet wird, weil es nicht in mein Denkschema, in mein Muster passt, vielleicht auch nicht in meine schön geputzte Küche, aber es ist da. Und wie kann man da eine gute Koexistenz finden? Und da würde ich gerne, mir wurde es gerade einfach auch nochmal, auch gerade mit dem Bezug nochmal zum Dritten Reichen, mir wurde es gerade sehr schwer. Ich finde Spiel etwas sehr Positives und ich möchte das gerne hier auch sehr positiv haben. Das heißt nicht, dass ich das anders wahrnehme, aber es heißt ja auch immer, bei dem Kind müssen die Grundbedürfnisse erst mal erfüllt sein, damit es mit Spiel die Welt entdecken kann. Ein Kind, das permanent Hunger hat, ein Kind, dem immer kalt ist und so weiter, das kommt oft nicht zum Spielen, weil das hat ganz andere Probleme, ganz andere Sorgen. Und deswegen finde ich eher zu gucken, wie können wir die Welt von Kindern und Jugendlichen, und ich nehme Jugendliche da unbedingt auch mit rein, auch akzeptieren mit ihrem So-Sein und wie können wir denen auch die Möglichkeit geben, ein exploratives Verhalten weiterhin zu leben und leben zu können. Und ich würde da einfach gerade nochmal wieder so ein bisschen mehr positiven Drive haben. Ja, das ist, da bin ich Ihnen eigentlich sehr dankbar. Ein bisschen mehr Leidenschaft. Ich will hier keine schlechte Stimmung verbreiten, nur es ist mir eben dann schon wichtig, dass all das, was ich hier beschrieben habe, sehr eng damit zusammenhängt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir uns gegenseitig zu Objekten machen. Das können wir gar nicht vermeiden, das ist schon in den ganzen Abhängigkeitsstrukturen so, der Kunde und der Käufer und der Verkäufer, der Lehrer und der Schüler und der Vorgesetzte und der Mitarbeiter. Das sind ja alles Objektbeziehungen im Grunde genommen. Und es ist kein Wunder, dass die sich dann auch bis in die Kindererziehung runterziehen und die Kinder schon sehr früh alle lernen, wie man, dass man, dass sie zum Objekt gemacht werden. Und dann haben sie vollkommen richtig gesagt, dass es welche gibt, die das noch einigermaßen gut lösen für sich. Und dann gibt es welche, die daran zugrunde gehen. Das ist auch richtig. Und ich habe eigentlich die größte Angst vor denjenigen, die sich sehr erfolgreich an die Erwartungen anderer anpassen, weil die sich am stärksten verwickeln. Und wenn man dann eine sehr lange Zeit sehr erfolgreich in dieser Gesellschaft mit einer verwickelten Vorstellung unterwegs ist, dann kann man die gar nicht mehr loslassen. Dann muss man damit wahrscheinlich auch sterben. Aber noch eine Meldung? Ja, ich, mir fehlt, ich denke, ein Lösungsansatz oder ein Weg wäre, dieses zweite Grundbedürfnis nach Verbundenheit, nach Gehört und Gesehenwerden bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, jetzt vor allem nach dieser tragischen Corona-Dispens von jeder Beziehungszeit, wieder mehr zu forcieren, den Menschen zuzuhören, ihre Geschichten zu hören. Und letztlich heißt das für uns Pädagoginnen Herzensbildung, also das, was mich zugewandt macht, was mich aufmerksam macht für den anderen Menschen, was mir seine Lösungen mal überhaupt neugierig macht auf die Lösungen von anderen Menschen. Vielleicht ist der andere dann auch interessiert an meinen Lösungen, aber ich glaube, das Wichtige ist, was wir wieder forcieren müssen, Beziehungsaufbau und Beziehungsmöglichkeiten zu geben, Gespräche, den Dialog wieder in die Welt zu bringen. Der ist verloren gegangen. Da bin ich Ihnen sehr dankbar. Das hätte ich jetzt eben zu der vorhergehenden Frage als positiven Ausblick auch nach hinten dran gehängt. Ja, das ist aus meiner Sicht auch der einzige Weg. Wir müssen unseren Kindern das Gefühl geben, dass sie so, wie sie sind, von uns bedingungslos angenommen werden. Es gibt so eine wunderbare Definition der Liebe. Liebe ist das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des Anderen. Und das ist pädagogische Kunst, dass man ein bedingungsloses Interesse, egal wie der Schüler ist und wie komisch der einem vorkommt und wie sehr der einem auf die Nerven geht, dass man trotzdem alles dafür tut, dass der sich entfalten kann. Und da merken Sie, das lernt man nicht in pädagogischen Hochschulen. Und das ist auch nicht mit Professionalität sozusagen zu ersetzen, sondern da müssen Sie die Schülerinnen und Schüler mögen als Lehrer. Und da würde ich sehr dafür plädieren, dass wir uns gegenseitig helfen, zu lernen, wie man jemanden mögen kann, obwohl man ihn nicht leiden kann, obwohl er einem auf die Nerven geht. Also wie kann ich beispielsweise, nee, ich will jetzt keine Beispiele bringen, wie kann ich jemanden, den ich nicht mag, wo ich sofort auf Ablehnung gehe, wie kann ich das schaffen, dass ich den doch mag? Und da heißt die Antwort, wir müssten alle lernen, in dem Anderen nach etwas zu suchen, was wir mögen. In jedem Menschen ist, wenn wir uns auf ihn einlassen, irgendetwas verborgen, was man mögen kann. Und da reicht es aber nicht, zu dem Anderen einfach nur, wie Sie sagen, eine Beziehung zu haben. Beziehung hat auch ein Vater, der sein Kind schlägt, zu dem Kind. Sondern da muss man bereit sein, dem Anderen von Subjekt zu Subjekt zu begegnen. So, und dann kann es passieren. Dann können Sie unter Umständen, wenn Sie sich auf so eine Begegnung einlassen, können Sie in einem Kind, in einem Jugendlichen, selbst wenn der sich ganz furchtbar verhält, immer etwas finden, was Sie mögen. Und dann könnten Sie versuchen, diesen Anteil in dieser anderen Person, den Sie mögen, einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren. Und da werden Sie feststellen, da kommt die ganze Person hinterher, weil die hängt da ja dran. Sie müssen nicht alles mögen, aber wenn Sie irgendwas finden, was Sie mögen, dann kommen Sie mit dieser anderen Person in eine Begegnung. Und deshalb glaube ich, werden wir in Zukunft in der Pädagogik, auch in diesen Bereichen, über die ich hier gesprochen habe, wo das Lernen tatsächlich wieder seinen ursprünglichen Charakter als spielerisches Ausprobieren, wie es geht, zurückgewinnt, werden wir das nur in einer Welt umsetzen können, in der wir wieder gelernt haben. Ja, aufeinander zuzugehen und Interesse, bedingungsloses Interesse aneinander zu haben. Nicht, weil wir neugierig sind, sondern weil uns die Entfaltung des anderen am Herzen liegt. Das ist eine andere Welt, über die ich hier rede, das weiß ich sehr wohl. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir das nicht schaffen, wir auf diesem Planeten keinen Platz mehr haben werden. der Aufmerksamke vommuss пока Vielen Dank.